Wir haben hier natürlich eine Hypothesentestaufgabe, das ist ja logisch, wir befinden uns in diesem Kapitel und versuchen erstmal die wichtigen Zahlen herauszulesen. Was habe ich für wichtige Zahlen? Ich brauche ja bei einer Hypothesentestaufgabe, brauche ich im Normalfall drei Zahlen. Ich brauche n, ich brauche p und ich brauche die Irrtumswahrscheinlichkeit. Irrtumswahrscheinlichkeit und Signifikanzniveau ist das gleiche. Dann, eventuell brauchen wir noch ein, zwei andere Sachen, aber das ist erstmal das Wichtigste, also diese drei. Jetzt schaue ich mal, was habe ich gegeben. Ich habe hier eine Wahrscheinlichkeit angegeben, nämlich von diesen Gummibärchen soll mindestens 30% rot sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, um die es geht, liegt bei mindestens 30%, das heißt p ist größer oder gleich 3. N, um welche Anzahl geht es insgesamt, wie viele Gummibärchen betrachte ich, blablabla, Gummibärchenchef, blablabla. Prüfabteilung, da werden zufällig 50 Bärchen entnommen und ihre Farbe wird notiert. Das heißt, es geht um 50 Gummibärchen, mein N ist also 50. Die Irrtumswahrscheinlichkeit finde ich im eigentlichen Aufgabentext nicht. Sie werden feststellen, die finde ich erst in der Teilaufgabe B. Okay, aber das machen wir erst in ein, zwei Minuten. Das heißt, ich sage vorläufig mal, ich habe die Wahrscheinlichkeit Größe gleich 3, ich habe N 50 und damit kann ich mir schon zumindest eine Skizze machen. Die Skizze müssen Sie normalerweise nicht machen, aber ich habe es schon 20.000 Mal gesagt, ich sage es nochmal. Ich empfehle Ihnen dringend, 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 machen Sie bitte, bitte eine Skizze, sie wird sehr hilfreich sein. Also, wie mache ich die Skizze? Jede Wahrscheinlichkeitsverteilung hat ja diese Form der Glockenkurve. Die kleinste Zahl, die auftreten kann, ist 0, die größte Zahl, die auftreten kann, ist 50, mein N. In der Mitte habe ich den Erwartungswert. Auch hier gilt, den Erwartungswert müssen Sie nicht berechnen, er ist aber oft hilfreich. Der Erwartungswert, E von X heißt er auch, ist N mal P. In dem Fall also 50 mal 0,3. Und da komme ich auf 15. Und daran erkennt man vielleicht auch das Problem an der Aufgabe. Ich erwarte, dass von 50 Gummibärchen normalerweise 15 Rote dabei sind. Und jetzt wird die Teilaufgabe B durchlesen, da steht am Ende, unter den außerwerten Gummibärchen waren 8 Rote, das sind viel zu wenig. Und deswegen stellt sich mir die Frage, 8 Rote, kann das damit überhaupt noch sein, dass es tatsächlich 40% Rote sind, oder spricht es eher dafür, dass diese Wahrscheinlichkeit von 30% gar nicht stimmt. Und wir versuchen am Ende der Aufgabe dann eine Aussage zu treffen, können die mindestens 30% Rote noch stimmen, oder ist das eher unwahrscheinlich. Nachdem Sie die Skizze haben, ist die nächste große Aufgabe, vielleicht sogar die größte Fragestellung beim einseitigen Hypothesentest, handelt es sich um einen linkseitigen Test oder handelt es sich um einen rechtseitigen Test? Und da gibt es eine Faustregel. Beim Wort mindestens, also mindestens 30%, beim Wort mindestens ist es normalerweise ein linkseitiger Test, beim Wort höchstens ist es normalerweise ein rechtseitiger Test. Allerdings betrachten Sie diese Faustregel mit Vorsicht. Man kann die Aufgaben so geschickt umformulieren, ich habe solche Aufgaben schon gesehen, dass es genau andersrum ist. Also, nehmen Sie diese Faustregel nur, wenn Sie anders gar nicht zurechtkommen. Die sichere Methode geht folgendermaßen. Sie überlegen sich immer die kleinen Zahlen und die großen Zahlen. Sie überlegen sich, sind kleine Zahlen gut und sind große Zahlen böse? Oder sind große Zahlen gut und sind kleine Zahlen böse? In diesem Fall also, ich entnehme 50 Gummibärchen. Wenn ich jetzt sehr viele Rote hätte, wäre das gut oder wäre das schlecht? Annahme, ich hätte von den 50 Gummibärchen, hätte ich 40 Rote. Das wäre ja gut, weil, ich sage, es sollen ja mindestens 30% Rote dabei sein. Wenn also sehr viele Rote dabei sind, spricht es ja dafür, für die Theorie. Wenn ich jetzt aber sehr wenig Rote hätte, wenn zum Beispiel von den 50 Gummibärchen kein einziges Rotes dabei ist, dann muss ich sagen, naja, diese mindestens 30% Rote passt nicht zusammen. Das ist unwahrscheinlich. Das heißt, in diesem Fall ist es so, kleine Zahlen wären verdächtig, böse, große Zahlen wären gut. Und wenn die kleinen Zahlen böse sind, schneide ich links ab, bei den kleinen Zahlen. Das heißt, in diesem Fall weiß ich, es ist ein linksseitiger Test. Jetzt brauche ich natürlich noch die Zahlen. Bis zu welcher Zahl schneide ich das ab und an welcher Zahl ist es zulässig? Auf Deutsch, ich bestimme den Annahmebereich und den Ablehnungsbereich. Also, um den Annahmebereich und Ablehnungsbereich zu bestimmen, brauche ich die Irrtumswahrscheinlichkeit. Und das steht in Teilaufgabe B. Wir handeln noch mal kurz Teilaufgabe A ab. Die Nullhypothese ist immer die Theorie, dass diese angegebene Wahrscheinlichkeit stimmt. Die Nullhypothese wäre in diesem Fall also die Theorie, dass mindestens 30% Rote drin sind. Die Alternativhypothese ist die Theorie, dass es nicht stimmt, also sprich, dass es weniger als 30% Rote hat. Das war es auch schon. Wir schreiben es nachher nochmal auf, aber im Prinzip war es das. In der Teilaufgabe B habe ich jetzt angegeben, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 98%, dass diese Häufigkeit von 30% stimmt. Wenn ich eine Sicherheit von 98% habe, heißt es, ich habe eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 2%. Meine Irrtumswahrscheinlichkeit ist also 2%, um es genau zu nehmen, 2% oder weniger, weil die Sicherheit ist ja 98% oder mehr. Heißt also, dieses Intervall hat eine Wahrscheinlichkeit von 2% oder weniger, Irrtumswahrscheinlichkeit, und das Hauptintervall, der Annahmebereich, hat eine Wahrscheinlichkeit von 98% oder mehr. So, jetzt nehmen Sie Ihre Tabelle, schauen bei der kumulierten Binomialverteilung nach, n ist 50, p ist 0,3. Und Sie suchen jetzt den größten x-Wert, oder k-Wert, dessen Wahrscheinlichkeit aber noch unter 2% liegt. Also, Sie gucken jetzt in Ihrer Spalte da bei 0,3 und suchen den letzten x-Wert, dessen Wahrscheinlichkeit noch unter 2% liegt. Und wenn Sie den gefunden haben, dann haben Sie die letzte Zahl vom Ablehnungsbereich. Sie werden feststellen, beim x-Wert von 8 haben Sie eine Wahrscheinlichkeit, also eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, bla bla bla, von ungefähr 0,018. Also 1,8%, das ist kleiner als 2%. Beim nächsten x-Wert, bei 9, haben Sie eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 0,04, also ungefähr 4%. Und das ist natürlich größer als 2%. Das heißt, 9 ist schon zu viel. Die Zahl, die wir suchen, ist die 8. Das heißt also, die 8 ist die letzte Zahl vom Ablehnungsbereich. Bedeutet automatisch, die 9 ist damit die erste Zahl vom anderen Bereich. So, das wäre eigentlich das Wichtigste von der Aufgabe. Dann schreiben wir das Ganze nochmal ordentlich auf und dann können wir die Fragen von der Teilaufgabe A, B, C eigentlich mit einem Abwasch alle erledigen. Also nochmal, ich werde jetzt gleich alles wegwischen, weil ich brauche einen Platz. Was schreiben wir uns auf? Der Ablehnungsbereich beginnt bei 0 und endet bei 8. Und damit beginnt der Annahmebereich logischerweise bei 9 und endet bei 50. Das schreiben wir uns auf, das ist das Wichtigste. Also hier alles weg. Also der Ablehnungsbereich ist das Intervall von 0 bis 8. Der Annahmebereich beginnt bei 9 und endet bei 50. So. Damit kann ich die Teilaufgabe B beantworten. Ich fange aber mal mit A an. Ich hatte es ja vorhin kurz gesagt, was ist die Nullhypothese, was ist die Alternativhypothese. Die Nullhypothese ist die Theorie, dass die Wahrscheinlichkeit von mindestens 30% stimmt. Das heißt, H0 ist die Theorie, dass P größer gleich 0,3 ist. Und die Alternativhypothese, ich schreibe es darunter, H1, ist natürlich die Theorie, dass es nicht stimmt, also dass die Wahrscheinlichkeit kleiner als 0,3 ist. Teilaufgabe B. Für die Teilaufgabe B brauche ich, wie schon gesagt, den Ablehnungsbereich und den Annahmebereich. Und jetzt erst kommt diese Zahl 8 ins Spiel. Ich weiß ja, unter diesen auserwählten Märchen sind 8 rote. Und diese Zahl 8 liegt, jetzt muss ich schauen, liegt die Zahl im Abstand, Lehnungsbereich oder liegt die 8 im Annahmebereich? Die 8 liegt im Ablehnungsbereich. Und den Rest können Sie sich vielleicht denken. Die Zahl liegt im Ablehnungsbereich, das heißt, ich lehne diese Theorie ab. Sprich, meine Theorie, dass die Wahrscheinlichkeit größer gleich 30% ist, also H0 wird abgelehnt. Auf Deutsch, die Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens 30% rote drin hat, die ist vermutlich falsch. sicher weiß ich es nicht, aber ich muss davon ausgehen, dass sie eher falsch ist. Das ist unser eigentlicher Antwortsatz, die Zeile oben drüber und unten drunter ist ja, ja, so ein bisschen salopp formuliert. Die C. Der Fehler erster Art ist der Fehler, formulieren wir es anders, der Fehler erster Art ist die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich. Das heißt, der Fehler erster Art oder Alpha-Fehler, wie er auch heißt, ist die Wahrscheinlichkeit vom Intervall 0 bis 8. Also nehmen Sie wieder Ihre Tabelle, schauen nach, was haben Sie für eine kumulierte Wahrscheinlichkeit oder wie auch immer, für eine kumulierte Wahrscheinlichkeit bis zur Zahl 8. Die Zahl haben Sie schon einmal abgelesen, das war 0,018. Das heißt, mein Fehler erster Art liegt bei 1,8%. Damit hätten wir jetzt die komplette Aufgabe erledigt.